Hey Studis, willkommen zur ersten Ausgabe von What the Fuck is Happening. Ihr fragt euch bestimmt, was die zwei komischen Typen jetzt von euch wollen. Genau, in den nächsten Wochen werden Fadjan und ich euch über die aktuellsten Neuigkeiten an unserer Hochschule und Umgebung berichten. Dadurch habt ihr einen kleinen Überblick, was in den nächsten Wochen auf euch zukommt und was für euch wichtig ist. Beginnen wir mal mit den Events und Neuigkeiten, die in den nächsten Tagen und Wochen auf euch zukommen. Von Montag, dem 17.04. bis Donnerstag, dem 20.04. findet auch dieses Jahr wieder die Career Week an allen Standorten unserer Hochschule statt. Am Donnerstag, dem 20.04. habt ihr die Möglichkeit, mit der Firma Svoboda Schorndorf Kontakte zu knüpfen und eure Soft Skills zu verbessern. Dann könnt ihr euch auch direkt Bewerbungen mit Lebenslauf von Experten abchecken lassen. Für mehr Infos findet ihr alles wie gewohnt im Intranet unter Termine. Falls ihr euch mit anderen Studis und Profs austauschen wollt, findet sich am Mittwoch, den 19.04. die perfekte Gelegenheit. Anstatt After Work ist After Vorlesung bei uns in Göppingen angesagt. Beim Get Together könnt ihr euch ab 17 Uhr mit Freibier und einer gechillten Atmosphäre in den Mittwochabend verabschieden. Nicht ganz so unterhaltsam wie das Get Together, aber trotzdem sehr wichtig, ist mal wieder die Anmeldefrist zu den Prüfungen. Ab Montag, dem 24.04. könnt ihr euch zu den Prüfungen für dieses Semester anmelden. Anmeldeschluss ist Montag, der 8.05. für Bachelor- und Masterstudiengänge. Ihr Bock auf ein Auslandssemester an einer unserer Partnerhochschulen? Dann dürft ihr auf gar keinen Fall am Mittwoch, den 26.04. von 12.45 bis 14.00 Uhr die Info-Veranstaltung von Frau Buchinger verpassen. Sie wird euch über alle wichtigen Sachen rund um Bewerbung, Fristen und Standorte berichten. Vielleicht ist doch für euch die passende Partnerhochschule dabei. Den Link zum Webexraum findet ihr unten verlinkt. Kommen wir zu den Nachrichten in Göppingen und Umgebung. Für alle Basketballfans unter euch findet am Samstag, dem 22.04. in der EWS-Arena ein Spiel der 2. Basketball-Liga der Pro-A statt. Dann trifft um 19.00 Uhr der 10. der Liga Kirchheim Knights auf den 5. Gießen-Fortis-Sixers. Nach dem letzten 94-71-Sieg über die VIA Panthers wollen die Knights ihren nächsten Sieg einfahren. Einlass ist bereits ab 17.30 Uhr. Sichert euch eure Tickets unter dem Link in der Infobox. Und auch Freunde des Hallenfußballs kommen diese Woche nicht zu kurz. Denn morgen findet ab 19.00 Uhr das Quali-Spiel der deutschen Futsal-Nationalmannschaft gegen die Ausfall aus Schweden hier bei uns in Göppingen. Auch hier könnt ihr die Tickets für die EWS-Arena über den Link in der Infobox kaufen. Ab Samstag, dem 22.04. ist es endlich soweit. Der Cannstatter Wasen öffnet wieder seine Tore und Festzelte. Bis Sonntag, dem 14. Mai, könnt ihr es dort richtig krachen lassen, bevor es danach in die heiße Phase des Semesters geht. Das war es auch schon mit der ersten Folge. Für mehr Nachrichten und Infos rund um unsere Hochschule, besucht einfach unsere Homepage. Erzählt uns gerne in den Kommentaren, mit welchem Professor ihr gerne das ein oder andere Bier im Zelt trinken wollen würdet. Und schaltet wieder zur nächsten Folge ein, wenn es heißt, What the fuck is happening? Das war es auch schon mit der ersten Folge. Das war es auch schon mit der ersten Folge. Das war es auch schon mit der ersten Folge.